Kommt der Song, äh, der Song heißt Sarteng Puppe. Kennt ihr den? Er ist allgemein bekannt unter dem Namen Satin Doll. Kennt ihr den jetzt? Selbstverständlich. Also es ist tatsächlich ein Swing, nein Swing, ein Jazz Standard. Hier Lukas, hier fällt mir noch ein. So, ich spiel, ich spiel Schlagzeug. Ich spiel, ich spiel, ich spiel, ich spiel. Beim Jazz ist es auch so, ganz ähnlich mit den Solos. Es wird das Thema vorgestellt und dann ist jeder der Musiker, der spielt einen Solo. Mindestens einen Durchgang, oft sogar eine halbe Stunde lang. Das kürzen wir heute etwas ab. Einverstanden? Ja, wir haben ja keine Zeit. Und deshalb haben wir es so gemacht. Wir spielen einmal das Thema von dem Stück. Dann gibt es ein Solo von Jörn. Und dann gibt es ein Solo von Ecki. Und dann beenden wir das Stück auch schon wieder. Okay? Andi, wo bleibt dein Solo? Ja, das gibt es heute Abend, heute Session. Wie geht das überhaupt? Wie bildet man dann, wie wir das geguckt haben letztendlich? Eins, zwei, eins, zwei, zwei. Musik 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 Applaus Musik 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 Applaus 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 Hier muss man dazusagen, wir hatten noch nie Zeit, das zu proben. Das war völlig ungeprobt! Applaus Ecki ist mein Bassschüler, ich weiß nicht wie lange schon, Jörn ist mein Klavierschüler, auch noch nicht so lang.